Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin und MV1. Hier ist wieder euer Bauer Call mit die beliebte Sendereihe. Am liebsten mögen wir ja das, was hier von uns von zu Hause ist. Ja, jetzt ist es soweit. Ihr seid treue Zuschauer von Schweriner und Mecklenburger Fernsehen. Und jetzt haben wir extra für euch ein Callender gemacht für das Jahr 2020, was ja genau vor der Tür steht. Richtig, kein Callender, sondern ein Callender. Das bedeutet im nächsten Jahr 366 Tage Spaß allein. Nur dann, wenn du rauf guckst auf meinen Callender und dich darüber freust, dass du absolut nicht der Hässlichste bist. Und überall immer noch ein schöner Spruch dabei, was du im Leben alles berücksichtigen sollst. Verstehst du? Ach so, der eine oder andere würde sagen, was denn, was denn, was denn, spricht er gar nicht über diesen Feiertag, der jetzt kommt hier? Wie heißt er? Halloween? Für Bauer Call spielt Halloween keine Rolle, weil ich sehe immer schlimm aus. Und dieser Kalender wartet jetzt auf euch völlig kostenlos. Ist ganz einfach. Ihr ruft nur einmal bei uns an, bei der hier unten eingeblendeten Telefonnummer. Und die ersten 10 Anrufer, die uns erreichen und dann noch das Codewort sagen, Callender, die kriegen den. Versteht ihr? Und schon müsst ihr euch den nicht kaufen, sondern kriegt ihn von euren Lieblingsfernsehsender geschenkt. Bis dahin. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.